Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man sein Paypal Guthaben mit einem Bankkonto richtig und auch sicher aufladen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei der App ist das Guthaben aufladen leider noch nicht möglich, weswegen ich das Ganze einfach mal in einem beliebigen Browser auf www.paypal.com zeige. Natürlich müssen wir da auch bei dem entsprechenden Account mal eingeloggt sein und wenn wir dann bei unserem Paypal Guthaben einmal nachschauen, können wir auch schon den Button Geld einzahlen oder abbuchen sehen, wo ich einfach mal draufklicke. Als nächstes müssen wir mal auf den Reiter Geld einzahlen klicken und jetzt können wir auch schon erkennen, dass das Geld einzahlen im Moment nur durch eine SEPA-Überweisung und in Euro von unserem verknüpften Bankkonto möglich ist. Wichtig ist wirklich, dass das Bankkonto verknüpft sein muss, da Paypal sonst einfach nicht erkennen kann, wohin das Geld natürlich auch gehen soll, also auf welches Paypal Konto und wenn wir uns dem Ganzen bewusst sind, dann müssen wir mal hier unten noch den Namen des Zahlungsempfängers irgendwie aufschreiben oder am besten natürlich kopieren und natürlich auch noch die IBAN. Diese zwei Punkte sind einfach die wichtigsten und wenn wir das gemacht haben, dann können wir mal hier unten noch mit OK bestätigen. Nun müssen wir entweder einmal direkt zu unserer Bank gehen und von dort aus die Überweisung durchführen oder aber wenn du einen Online-Banking-Account hast, dann einmal auf die entsprechende Webseite gehen von deiner Bank und natürlich dann auch einloggen. Von der Oberfläche her sollten alle Banken relativ ähnlich aufgebaut sein. Bei mir gibt es einfach den Reiter Online-Banking, dann muss ich einmal hier unten noch auf Banking und ich kann auch schon den Punkt Überweisung sehen, wo ich einmal noch draufklicke. Danach bin ich mal noch etwas auf der Seite nach unten gegangen, damit man es einfach besser erkennen kann und beim ersten Punkt begünstigter Name oder Firma können wir jetzt auch schon Paypal Europe eingeben, was wir uns ja davor kopiert bzw. abgeschrieben haben. Im zweiten Punkt kommt dann die IBAN. Wenn ich jetzt daneben hinklicke, können wir zur Kontrolle auch nochmal die entsprechende Bank sehen, deutsche Bank, so wie es vorhin ja auch angezeigt wurde und dann müssen wir natürlich auch noch einen Betrag eingeben. Ich möchte einfach mal 10 Euro auf mein Paypal Konto überweisen, weswegen ich die 10 eingebe und auf Weiter klicke. Okay, in meinem Fall können wir sehen, dass meine Bank etwas dagegen hat. Der Name scheint nicht zu passen, weswegen ich einfach mal das Ganze dahinter rauslösche. Das sollte normalerweise auch passen und ich klicke wieder auf Weiter. Im nächsten Schritt sehen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung und der Verwendungszweck kann hier wirklich leer bleiben, da natürlich das Bankkonto mit meinem Paypal Konto verknüpft ist und dadurch das Ganze einfach erkannt wird. Wenn wir das auch haben, dann wieder auf Weiter. In meinem Fall muss ich die Überweise noch mit der Push-Tan mit meinem verbundenen Handy bestätigen, bedeutet Handy rausgenommen, hier unten einmal meinen Fingerabdruck draufgegeben, dann sehen wir nochmal eine kleine Übersicht. Bei mir passt das Ganze so weit, weswegen ich auf Auftrag freigeben draufklicke und zum Schluss haben wir dann auch schon die Bestätigung, dass der Auftrag freigegeben wurde. Und sobald wir jetzt wieder auf unserer Sparkassenseite, also beziehungsweise von der anderen Bank natürlich draufgehen, können wir sofort erkennen, dass der Auftrag entgegengenommen wurde. Nach einem Tag habe ich jetzt auch schon die E-Mail-Bestätigung von Paypal erhalten, dass das Guthaben auf jeden Fall überwiesen wurde und somit haben wir auch schon Paypal-Guthaben mit einem Bankkonto richtig aufgeladen. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.